Hallo, wir schnuppern zusammen an dem Duft des Monats, kann man ja als Berater vorbestellen, kommt leider nur im XXL Format mit ganzen acht Düften immer mit, ist immer schon sehr viel, oft hast ja immer noch eine Packung bar, beziehungsweise mit meinen Kunden gucke ich ja, meistens verbrauche ich selber noch vier Stück, wo ich zu Duftproben verschmelze, und dann Duftsticker sind mit dabei, das ist der neue Duft des Monats vom Januar, Candy Orchard, und was schönes, fruchtig-beeriges, echt schön im rosa, eine ganz leckere Himbeere, richtig leckere Himbeere, ein bisschen Vanille, so richtig fruchtig, cremig, der erinnert mich gleich so ein bisschen an den Pink Sugar Berry Mint, also wer diesen Pink Sugar Berry Mint sehr gerne gemacht hat, ich glaube der wird diesen Duft auch sehr, sehr, sehr lieben, also richtig schöner, fruchtiger Duft, Pink Sugar Berry Mint ist hier mit dabei, ab Januar, 10% Rabatt. 9. 10. 11. 12. 22. 15. Vielen Dank.